so freunde willkommen zu einem neuen info video und ja ich wurde gefragt bevorzugte helden also welche helden man am besten leveln sollte drei sterne vier sterne fünf sterne und in welchen kombinationen man sie spielen sollte und ja vorab erstmal bei den fünf sterne helden jeder hält es in dem sinne wichtig oder kann gelevelt werden es kommt halt immer darauf an auch wie bei vier sterne und drei sterne in welchen kombinationen man sich spielt und ja das können wir uns jetzt mal ein bisschen angucken natürlich kann ich jetzt nicht auf jeden einzelnen helden eingehen aber ich kann zumindest auf die helden eingehen die ich gelevelt habe auch nicht alle logischerweise sonst das hier ein stundenvideo oder so ja und ich denke mal dann werden wir so ein bisschen farmen man mit so einem drei sterne team vier sterne team fünf sterne team und dann einfach mal so ein bisschen gucken wenn wir jetzt bei den drei sterne anfangen prinzipiell ist es wichtig ja wie kann man das jetzt am besten auch es gibt halt zigtausend verschiedene heldenarten wenn man jetzt ihn hier nimmt ulma zum beispiel ulma ist zwar langsam ist jetzt nicht so super also am besten je schneller desto besser aber ulma ist durch sein schnelles special daher gut weil er halt diesen minus 20 prozent also jetzt in dem fall das steigt ja dann hier diese minus prozent auf verteidigung hat für sechs züge was natürlich sehr geil ist wenn dann die sniper hinterher kommen deswegen ist ulma definitiv einer den man leveln sollte auch im hinblick auf die turniere die kommen oder die da sind mit den drei sterne und so weiter jetzt mal weiter gehen bei den bei den drei sterne ich bin ja bei den drei sterne bin ich ja kein experte ne so wie bei dem ganzen anderen spiel auch ich mache so wie ich es meine und was natürlich wichtig ist wir haben wenig heiler bei den drei sterne und das merkt man auch außer bei wenn man jetzt bloody battle hat keine heilung ist fehlen die teilweise schon deswegen sind solche helden wie mondfalke egal ob jetzt mit kostüm oder ohne kostüm natürlich super mit dem mit der mit der heilung da einmal jetzt hier über zeit und einmal hier direkt direkt die volle heilung also mondfalke und wir haben dann natürlich auch noch die andere heilerin die ist irgendwo jetzt hier unten wo bist du da das ist die andere heilerin auch eine super sache denke ich kann man auf jeden fall leveln welche helden kann man noch leveln wenn man jetzt von den ursprünglichen ergeht weil ich gehe jetzt mal nicht davon aus jeder hat vielleicht den mümmelmann oder jeder jeder hat rudolf oder wie auch immer prinzipiell ja es ist es ist ein sehr schwieriges thema man kann jeden also ich kann jeden helden gebrauchen wenn man jetzt hier zum beispiel diesen den gato nimmt und dieses hühnchen was es gibt was was ich jetzt da auch vor kurzem gelehrt sind chick junior der dann mal gucken hier ist er ähm minus 34 prozent angriff ist natürlich absolut scheiße na wenn wenn sich einer selber schadet ist immer misst wenn ich aber dann jetzt zum beispiel in der kombination so ein gato habe wie ich es gemacht habe also ich habe zwei gatos und dieses hühnchen habe ich auch gelevelt und der ist sorgt dafür dass man drei züge immun gegen neue negative status veränderungen ist das heißt wenn ich gato auswähle oder auslösen lasse macht danach das hühnchen dann passiert demnächst ne und das ist halt die einzelne chemie der helden die dann stimmen muss so an sich gilra ist finde ich persönlich auch nicht schlecht wegen den minus verteidigung minus angriff kann man definitiv auch genutzen das problem ist es halt auch wieder langsam ne deswegen ähm auch wieder eher fürs schnelle turnier gedacht ähm wer natürlich jetzt ähm super ist als als tank ist jetzt hier der strauchbär ne und der ist halt so ein kleiner kleine äh queen of hearts oder so ein bisschen vom black knight hat der vom schwarzen ritter ähm definitiv auch eine super sache ähm ist natürlich auch wieder langsam das ist auch wieder das problem aber definitiv auch ein guter mann genau wie bauchern ne dieses äh reduzieren von mana ähm erinnert so ein bisschen an günevir schaden an alle macht nicht viel schaden aber in erster linie ist er halt dafür da um das mana zu reduzieren und halt gibt noch mana regeneration ein bisschen für die eigene ähm ist auch nicht schlecht ähm melia ist gut wegen den kritischen treffern ja das äh kann dann äh bei den steinen teilweise schon den ausschlag geben äh hat auch jetzt keinen hohen angriff den sie macht bei allen aber sie ist halt schnelles mana ne das ist ein vorteil deswegen ist sie da ganz gut und generell ähm schnelles mana ist natürlich immer zu bevorzugen ja ähm björn das 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 muss man vielleicht nochmal dazu sagen diese season 3 helden die sind super ja also björn ist stark mit dem doppelten angriff den er da macht und dann mehr schaden auf heilig ähm nordry ist super typ ist halt ne frida als drei sterne hält ähm absolut top sollte man definitiv leveln wenn man ihn hat ähm bei ulf geht so ne der ist jetzt nicht so der der brüller muss man aber auch gucken der ist natürlich wieder der brüller wenn man ihn mit gato zusammennimmt ne weil er macht halt viel 30% angriff 32% verteidigung heilt und so weiter und so fort und dann kommen die negativen statuseffekte wenn man jetzt diesen bei ulf wieder mit gato in verbindung bringt löst gato aus dann löst der aus muss man natürlich dann so ein bisschen timen ne weil es dauert ja erstmal 4 züge dann schadet er sich hier nicht mehr selber das macht ihn dann wieder zu einem super helden ist mittel ist ein bisschen besser ähm aber es kommt halt auf die chemie an der einzelnen helden ne deswegen kann man so für sich persönlich nicht so sagen äh die einzelnen helden ob die jetzt gut sind oder schon kann man schon sagen dass sie ob sie gut sind oder nicht aber vieles spielt halt damit zusammen wie sie in ähm mit anderen helden zusammen wirken ähm ja wir können ja vielleicht einmal durchgehen die helden die drei sterne die ich gelevelt habe warum ich sie gelevelt habe so gunnar ist zwar langsam aber dieses äh aufteilen des schadens ist natürlich ähm bei sehr schnellen turnieren jetzt äh von vorteil da ist er mit ähm kailani die ich hier auch habe ist natürlich super ne ähm wenn da jetzt keiner ist der das debuffen kann der das dir wegnimmt dann ähm hast du nicht gewonnen wenn wenn er auslöst aber es sieht schon sehr sehr gut aus balthasar schnell dicker sniper brauchst du nichts zu sagen ist ein top typ deswegen auch zweimal ähm werden auch ein super sniper auch schnell ne das macht ihn aus deswegen ist er auch gelevelt azar habe ich gelevelt weil sie schnell ist ähm schaden ist jetzt nicht also ist schon hoch aber da geht es dann auch darum das mana zu reduzieren ähm ganju das gleiche reduziert auch mana ist teilweise in vielen situationen wichtig ähm ist auch schnell und macht einigermaßen guten schaden ähm ja hangir habe ich eigentlich nur gelevelt für die schnellen turniere weil dann ist der bombe ne also meistens sind alle langsam helden für die schnellen turniere super ähm die stelle ich da sehr gerne auf ja hier dem bruder habe ich einfach nur genommen ähm weil er halt heilt ne ist jetzt kein instant heiler wie mondfalke oder äh belit deswegen ähm habe ich ihn halt nochmal dazu genommen gato ja klar aus besagten gründen gerade ne ähm schützt halt und kann jetzt halt in Kombination mit dem Hühnchen und mit anderen bei ulf zum beispiel ganz gut was machen ja rudolf macht schaden reduziert mana beschwert lakain ist schnell macht viele sachen ist super ja also kann man nichts gegen sagen ähm hisan und aman aman ist jetzt auch wieder nur für schnelle turniere geeignet ja ähm hisan ist schnell verringert diese verringert die heilung das ist was alle sandhelden machen ähm ist auch gut und ist halt wie gesagt schnell ne das ist halt immer so für mich ausschlaggebend wenn der held schnell ist und mich sein special da anspricht dann level ich ihn genau das gleiche hier wie mit venisius auch ein sniper entfernt boni ist auch eine super sache kann man super gegen gunnar oder kailani bringen ne wenn man ihn nicht hat steht man schon da das ist ein bisschen schwieriger dann gegen gunnar und kailani aber so halt auf schnell ist halt ja einfach super mittlerweile ist ja so Geschwindigkeit gewinnt in erster linie ja also wenn du nur langsame helden machst bis die auslösen bist du schon kaputt namahage auch ein super held fügt viel schaden hinzu und sein angriff erhöht sich für jedes mal wenn er getroffen wird und das innerhalb von fünf zügen also massig zeit der kann sich richtig hoch pushen deswegen sogar drei stück weil vielleicht mach ich irgendwann mal bei einem event mit und dann ist der natürlich super gilrah haben wir uns schon angeguckt magi ja magi ist schnell ähm ich hab's gemacht als er rausgekommen ist einfach ähm weil er neu war just for fun da ist jetzt nichts großartig was ähm super an ihm er belebt zwar dann mit diesem bruiser mode die Leute wieder aber die sind dann auch nicht so super stark und von daher ja was haben wir denn hier 66% nehmen gut die haben erhöhten Angriff aber verringerte Verteidigung und so hier ist jetzt nicht so der Brüller ähm die drei haben wir schon die Wächterfledermaus ist zwar mittel aber ich finde dieses für jeden toten Helden wird der Schaden um 60% erhöht finde ich eine coole Sache ähm hat mich in dem Moment einfach angesprochen ja also kann man leveln muss man jetzt nicht unbedingt da würde ich dann lieber halt hier wie gesagt Nordry Bjorn quasi ist so ein bisschen so Spaß ne ähm ist jetzt nicht er macht halt nur seine Bienen aber der Vorteil ist wenn man jetzt zum Beispiel in den Turnieren ist wo keine Heilung ist diese Bienen die haben halt Lebenspunkte ne und das ist wie so eine indirekte Heilung sage ich mal äh weil die halt so ein bisschen was von dir von dir erst ähm abfangen und ähm deswegen habe ich ihn genommen ist ganz cool eigentlich ähm ja das Hühnchen wie gesagt 180% Schaden bei allen Gegnern ist ne super Sache minus 20% Angriff für 3 Züge werde ich nur in Kombination mit Gato bringen weil ähm ja oder man hat halt Glück und während man ihn wieder lädt ist das dann auch schon wieder vergangen aber da lohnt sich Gato halt ähm Aydun ja er geht auf 3 Gegner mit 220% Schaden ist nicht schlecht ja ähm habe ich aber in erster Linie nur gemacht weil ich so ein so ein Trio an roten Helden haben haben wollte deswegen auch mit Azar ähm weil halt Bauchan nicht viel Schaden macht und dreimal Namahage ist auch irgendwie immer langweilig das zu machen der super ist ähm ist Brienne finde ich mit dem erhöhten Angriff äh für alle Helden ist praktisch das was Namahage für sich macht macht sie für alle und in Kombination mit dem Kostüm wenn man das Kostüm hat sollte man das leveln weil alle Gegner halten minus 41% Verteidigung und weitere 4% Verringerung für jedes Mal wenn sie getroffen werden ist stark ja deswegen das ist super ähm Mondfalke hatten wir schon ich glaube mehr 3 Sterne habe ich auch gar nicht gelevelt hier geht es jetzt schon in die 4 Sterne also es ist schwierig sich da welche rausnehmen man muss halt auf die Kombination achten ja also wenn ich jetzt so meinen meinen Top Favoriten von von Season 3 nehmen sollte wäre es definitiv Nordry von Season 2 Gato glaube ich sogar von Namahage ja er macht viel Schaden ist schnell ich denke Gato für Season 2 und für Season 1 schwer schwer habe ich hier unten noch an Season 1 ähm ich denke Balthazar ist da schon relativ weit vorne wählen ist auch nicht schlecht aber er macht halt die Verteidigung auf einen nur es kommt halt auf die Situation mittlerweile kommt es auf die Turniere so ein bisschen an wie man leveln kann ähm na also da wirklich welche rauszupicken ist ist schwierig das ist ähm bei 4 Sterne ist es jetzt schon ein bisschen ein bisschen einfacher minimal einfacher ja wenn wir da jetzt mal hingehen ähm wo sind meine gelabelten 4 Sterne ähm hier fangen sie gleich an ja gut also ähm definitiv bei 4 Sterne ähm die Heiler definitiv erstmal leveln also ähm Rigard wo haben wir ihn hier oben Rigard absolut absolut top absolut ohne Kostüm ich hab ja das Kostüm noch nicht aber ähm mit Kostüm wird er natürlich noch besser aber so allein ist er schon top er halt hoch und entfernt alles negative ist super für Gradmacher für Wähler für Drake für Telluria für alles was was Empires zu bieten hat definitiv Superheld definitiv leveln ähm des weiteren Turmfang auch super hohe Verteidigung halt nicht so hoch aber es gibt halt noch Angriff dazu und das ist halt definitiv ganz geil wenn man den am Anfang auslöst machen alle Helden mehr Schaden das äh Kostüm da halt er ein bisschen mehr hat aber weniger Angriffsschaden den er macht ne deswegen ähm muss man gucken also wenn man das Kostüm hat kann man es machen man muss halt dann abwägen was einem lieber ist mehr Heilung oder mehr Angriffsschaden kommt drauf an ähm wer auch super ist Sonja war vorher schon super viel Schaden schnell wieder ne entfernt Boni von allen Gegnern ist äh super Sache jetzt mit dem Kostüm entfernt sie negative Statusveränderungen von allen Verbündeten also ein Cleaner wie Rigat oder wie Sabina zum Beispiel also auch super wenn man Sonja hat Leveln wenn man das Kostüm hat auch von Sonja Leveln Tiburtus ist auch super ist zwar mittel aber ist unser lila Deathdown ne deswegen ist auch ein Season 1 Held relativ in Anführungsstrichen relativ einfach zu kriegen auch durch ähm Trainingscamp 20 äh wenn man jetzt nicht so sehr beschwört ne da ist deswegen auch Sturmfang Sonja Superhelden kann man da alle kriegen Rigat auch Melendor ähm ähm 42% entfernt Boni von allen Gegnern ist gut ja ist halt ein bisschen schade der hat wenig Verteidigung in Anführungsstrichen der stirbt schnell weg ähm durch seinen Upgrade also praktisch von Gandalf dem Grauen zu Gandalf dem Weißen oder zu Saruman wie auch immer ähm regeneriert er halt sehr viel LP über die Züge über drei Züge Verteidigung auch noch und entfernt Boni also wenn man das Kostüm hat von Melendor definitiv machen es kommt aber dann halt wieder drauf an ne wenn du jetzt äh gegen Finlay kämpfst oder so dann ist so eine so eine Instant Heilung sofort natürlich besser als so eine Heilung die Buffs gibt äh weil dann haut dir Finlay richtig rein genau das gleiche Spiel wie mit Riga ne wenn der seine Heilung über Zeit hat mit dem Kostüm gegen Finlay vielleicht nicht so super ähm den kann ich noch empfehlen definitiv von Season 3 Nebel ähm ist ein super Held ja er ist auch schnell weil er macht viel also das ist immer gut ähm er fügt drei Gegnern 175% Schaden zu äh das Ziel und benachbarte Gegner sind für drei Runden Immun gegen neue Boni ja das ist auch ne super Sache meiner Regeneration absolut top hier unten und Verteidigung gegen Spezialfähigkeiten wird runtergesetzt auch ne super Sache definitiv wenn man ihn hat definitiv leveln ähm Maya Weave ist Spaß hält so ein bisschen also er ist cool definitiv ja ähm halt als sehr schneller er macht so wenig Schaden aber dadurch dass er sehr schnell ist löst er auch öfters aus und dann stapelt sich das auch alles ne ich hab's in Turnieren gezeigt ähm ist ganz cool aber würde ich jetzt nichts als Must Have betiteln da gibt's blaue Helden die besser sind kommen wir gleich noch zu ähm Triton ist ganz cool in Kombination mit dem Heiler weil ähm alle Helden erhalten plus 39% Erhöhung für jede erhaltende Heilung für 4 Züge das heißt aber man muss drauf achten man muss Protos vor dem Heiler auslösen in Kombination zum Beispiel mit Kirill wenn man jetzt so mit 3 blauen reingeht oder in Kombination wenn man 3, 2 blau lila macht mit dem Rigat dann ähm definitiv Triton vorher auslösen ist auch schnell deswegen ganz gut hat einen hohen Schaden hat auch einen hohen Angriffswert also das äh passt alles zusammen ähm kommt halt auf die auf die Kombination wieder an ne mit dem Kirill wie gesagt super kann man machen wenn wir von Season 2 Helden reden ist Proteus für mich mein Favorit also Proteus ist zwar mittel aber er ist halt eine kleine Hell und Hell ist die Hölle ne das sagt der Name schon ähm Proteus brauche ich nicht lange sagen er blockiert macht Giftschaden wenn man ihn hat leveln auch mehrmals leveln für äh für den Krieg wenn man jetzt äh keine oder nicht viele 5 Sterne Helden hat definitiv Proteus leveln ja also kommt man eigentlich nicht dran vorbei Amiona kannste vergessen ähm ich hab sie gemacht weil sie einen hohen ähm Angriffsschaden hat ich hatte sie auch äh als ich noch nicht Usena hatte auf 20 Embleme da hatte sie äh fast 900 an Angriffsschaden und äh da hab ich sie ja nur für den Titan mitgenommen aber brauchst du nicht ähm Buddy super Typ auch super special macht äh macht Schaden auf das Ziel und Benachbarte aber in erster Linie ist er halt wieder da wegen dem Minion und wegen den minus 24% Angriff für 4 Züge äh für 3 Züge und Minus Verteidigung na das ist halt äh eine super Sache steht wieder viel ist ein guter Held wenn man ihn hat wenn man ihn kriegt ähm definitiv äh auch Leveln ähm Gafar ja ist schnell verringert die Heilung geht auf ein Ziel ähm kann man machen kann man machen muss man nicht unbedingt ähm Wilbur ja Wilbur ist mit Proteus einer der Besten ähm Schadensaufteilung ist super kann aber auch nach hinten losgehen ähm lässt sich mittlerweile sehr schnell debuffen ne mit bestimmten Helden wie Sonja Catmon kommen wir gleich noch zu selbst Minesius macht das ähm da ist er relativ schnell außer Gefecht gesetzt und äh ja so eine Sonja oder ein Catmon hat man oft rumliegen deswegen ähm er ist super vom Special aber er ist halt sehr leicht auszukontern Kirill super brauchen wir nichts zu sagen heilt Angriff Verteidigung hoch was willst du mehr ja ganz ehrlich ähm Hänsel ja perfekt perfekter Held von den ich würde sagen von den 4 Sterne Helden die es aus den Events gibt er ist der Mann ja er macht Schaden äh er blockiert das Mana ist schnell er gibt äh plus 74% Verteidigung gegen Spezial Fähigkeiten zwar nur sich aber das reicht ne und dadurch dass er schnell ist mit der richtigen Mana Truppe ist er dann mit der 4 Sterne Mana Truppe geht er ab wie ein Zäpfchen ja und äh definitiv definitiv machen ähm das gleiche da muss ich gleich nochmal zurück ähm ich level gerade Gretel ne das gleiche Spiel ähm macht das gleiche wie Hänsel nur fügt weniger Schaden zu und geht halt auf 3 aber dieses ähm dieses Mana Block ist halt nur auf einem Held ne und auch diese Verteidigung also Hänsel und Gretel definitiv super ähm Kaschrek level ich jetzt gerade nochmal eben so nebenbei damit wir das hier oben abarbeiten äh Kaschrek level ich im Moment weil ich das Kostüm super finde das ist so ein bisschen so ein kleiner Heimdal ähm definitiv wenn man das Kostüm kriegt von Kaschrek definitiv leveln ist ein super Tank ähm macht man definitiv nichts mit verkehrt auch wenn man das Kostüm nicht kriegen sollte das zu denen dann gehen wir mal hier weiter der Falke ja was soll man dazu sagen ja das ist der macht den roten Deathdown ähm ganz ganz wichtiger Held für den Titan und halt in Kombination mit anderen roten Helden ähm ich muss mal gucken ob ich den nicht vielleicht sogar auch meinen Kriegsteams ähm einarbeite wegen diesem Feuer Deathdown ne er hat eine hohe Verteidigung ist super ähm ist Mittel kann man mit der richtigen Mana-Truppe ein bisschen korrigieren schade ist halt sein Angriff ne aber in erster Linie ist er dafür da um diesen roten Deathdown zu machen ist nichts verkehrt man gleiche hier Schakal ja also auch der Deathdown sehr schnell absolut top ähm also die von die von Teltog von den Guardians ne hier auch wo der Panther dabei ist das sind super Helden also wenn man da an 4 Sterne hat kann man definitiv leveln Merlin auch super macht ähm auch hier ähm Mana-Sabotage ne äh du sagst der Gegner dann aber nicht wie bei Hänsel dass das Mana dann weg geht sondern ähm er schlägt dann halt willkürlich um sich trifft dann noch ein auch super ja Bukong ist in der Anfangsphase für den Titan ist er gut aber irgendwann ähm haben da bestimmt ich glaub ab 10 10 Sterne Titan ist er zu schnell kaputt ähm Rasselkop hab ich gemacht weil er langsam ist für die sehr schnellen Turniere einfach nur muss man nicht unbedingt machen Borel ist ne coole Sache mit dem mit dem Gegenschlag ist ein super Tank ja kann man auch machen ich würde aber ähm eigentlich eher ein Kirill machen oder hier ein Grimm Grimm auch als blauer Deathdowner super also blauer Deathdowner im Sinne von nicht wie Nordry oder Friedra sondern normalen Deathdown ähm Katmon auch super schnell Sniper entfernt Boni sowieso ein Jahr top ähm Colen ist langsam eignet sich in SNE für sehr schnelle Turniere ähm wenn der auslöst ist praktisch Game Over ja das ist auch super Typ ähm Cyprian macht Gegenschlag kann man machen ja wenn in den Turnieren zum Beispiel Lila gesperrt ist äh wenn Gelb gesperrt ist ähm kann ihn aber auch gut für die Quests nehmen ähm da mit dem Gegenschlag ne das kann ganz gut sein Gormek gleiche wie Grimm praktisch äh macht äh normalen Deathdown bei Rot auch super er wird jetzt glaube ich ähm so wie ich das mitgekriegt hab ähm wird der auch ein bisschen verbessert sodass er mir sogar noch ein bisschen besser gefällt also kann man definitiv auch leveln ähm Utao braucht man nicht unbedingt auch wieder für schnellen Turniere nur gemacht Lee super ist mittel macht weniger Schaden aber es geht halt darum dass sie das Mana reduziert und äh jeder der im Turnier gegen sie gekämpft hat auch wenn es ein sehr schnelles Turnier ist weiß wie nervig sie ist kann man definitiv auch machen ja Scarlet braucht man nicht viel sagen ist auch super hoher Schadenswert ähm viele nehmen sie nicht umsonst mit wenn wenn sie in den Events oben mit dabei sind ne dann noch mit Emblem ist sie bei 800 keine Ahnung 860 oder sonst wo weiß ich nicht äh definitiv super Embleme könnte man natürlich auch überlegen ob man dann ihre Verteidigung stärkt äh würde ich aber nicht machen ich würde dann doch eher auf Angriff gehen ähm Schaden das Ziel äh hier Ziel und benachbarte Gegner minus 34% Angriff definitiv super jeder weiß reduzierte Angriff wie nervig der sein kann Sabina nimmt Boni und heilt ist gut hat aber einen niedrigen Verteidigungswert deswegen bei Lila Helden und Heilern dann eher Riga nehmen ähm Peters schnell bringt den Gegner zum Schweigen auch top ja wenn man ihn hat kann man machen sollte man machen Dansa braucht man nicht ähm Brünnhilde Brünnhilde was macht sie nochmal Heilung 3 Runden Immun gegen Boni Entfernungen äh 72% Verteidigung Mana Regeneration Superheld ja ich hab angefangen aber dann ist irgendein 5 Sterne dazwischen gekommen ich weiß nicht mehr welcher aber bringe ich definitiv auch fertig also sie Nebel super ähm Grinsekatze ja ist so ein bisschen spaßig ne ähm macht äh alle Helden alle Lichthelden oder alle Lichtgegner erhalten 42% Verteidigung 4 Züge und der Giftschaden und das halt dieses Anordnen das ist halt mehr so just for fun ja ähm ich mach sie ähm muss man nicht unbedingt auch wenn sie schnell ist gut wir sind schon äh da lags bei einer halben Stunde ähm ähm Diamantenhauptmann braucht man nicht ja hier einzige 4 Sterne Heilerin ähm das Schaf super würde ich machen äh muss man halt nur gucken wegen den Helden zwei Züge lang kein Mana muss man ein bisschen einkalkulieren dann ne äh Steinspalter halte ich nicht viel von äh Summle auch nicht so wirklich viele wollen glaube ich jetzt beim Event nehmen weiß ich nicht Gobbler ist interessant wegen den ähm äh Fressen von Lakaien aber wird jetzt halt auch in erster Linie wird er glaube ich ein bisschen genervt wird Angriff wird runter gemacht ähm ja braucht man jetzt nicht unbedingt Sumitomo ist okay würde ich aber auch erstmal nicht deswegen steht er bei mir auch hinten Akwe kein nix mit anfangen ja Valeria sehr schnell ist okay macht mir aber zu wenig Schaden ehrlich gesagt deswegen ist sie da auch noch ein bisschen weiter hinten Gaderos habe ich angefangen weiter oben ähm ist okay ne so ein bisschen kleiner Ares mäßig aber ist halt langsam das ist das Problem ähm Langorjack ja macht schadet sich halt selber ne ist zwar schnell schadet sich aber selber muss man gucken wie man damit kommt drauf an welches gegen welches Team man da antritt aber der Schaden auf alle ist natürlich ganz cool Bumagen kann man nix mit anfangen ähm ja Kelile ist gut Sir Lancelot ist auch gut weil er halt diese Mana Regeneration gibt plus Angriff für die Events äh eine gute Sache ähm Titeljournal ist langsam braucht man nicht unbedingt und das war's dann auch ja also vier Sterne gibt schon einige ich würde da priorisieren definitiv die Heiler Kyrill Sturmfang Rigat Deathdowner Grimm Gormick ähm Melendor Tiburtus Sonja Catmon das sind so sind schon einige gute dabei ja ähm 5 Sterne Schwierig Schwierig ähm Schwierig definitiv für den Titan Talek Miki habe ich nicht ähm Talek Miki oder Ranvir Ranvir ist praktisch Upgrade zu Wu ja das ist genauso schrecklich ähm ja also entweder Talek oder Miki wenn man wenn man beide nicht hat dann Ranvir oder Wu sonst nicht ähm ähm Aris Superheld kann ich nur empfehlen dieses ich hab ihn hier voll ähm diese kritische Chance hat mich schon oft den Arsch gerettet ähm Krieg und so weiter auch im PvP ähm aber ich glaube es ist sinnvoller wenn wir mal eben durch die Season 1 Helden gehen ne das ist für die meisten vielleicht interessanter die jetzt auch nicht so viel Geld ausgeben ähm mir fehlen natürlich ein paar ne ich hab keine Vivica keinen Satana aber von den Season 1 Helden definitiv June leveln definitiv Magni auch leveln vor allem wenn man falls man das Kostüm kriegen sollte das wird super Majana auch schnell Sniper perfekt und durch das äh durch das Talent kann sie ausweichen also auch eine super Sache Orgal braucht man nicht naja also ähm ich glaube das Kostüm macht ihn ein bisschen besser ich glaube er wurde jetzt auch ein bisschen aufgewertet Kostüm Aufwertung hohe Mana Truppe dann ist er in Ordnung naja aber sonst ähm Elena ist super mit dem Gegenschlag Problem ist halt sie ist langsam sie hat einen hohen Angriffswert ähm sieht man jetzt gleich wenn ich sie ich hab sie gelevelt sie hat einen hohen Angriffswert das ist ganz cool aber ist halt langsam ne und bei dem schnellen Spiel momentan wenn man schnell Telluria wegkriegen muss definitiv ähm momentan nicht so gut Kargan mhm ey der der braucht noch ein bisschen ja also wenn man da ähm so irgendwas macht oder so das einzig coole bei ihm ist die ähm Verteidigung und Mana Regeneration Richard nutze ich eigentlich permanent mit dem Kostüm wenn meine Kriegsits guckt ähm ist Mittel mit Frieda zusammen ähm macht viel Schaden ne hier 400% wird natürlich noch höher äh und gibt Minus Angriff beim Gegner wenn ich einen Richard habe würde ich ihn leveln vor allem in Kombination mit äh Frieda Oberkahn ja ist ein schneller lila Held aber es gibt so viele gute schnelle lila Helden wenn man aber Free to Play ist ist eine Alternative ja definitiv schnell macht Gegenschlag bei sich selber kann man machen ähm Kadeelen ist schnell ist gut Verteidigung gegen Spezialfähigkeiten kann man nicht kann man nichts gegen sagen ähm sollte man auch leveln ja wenn man wenn man keine weiteren Alternativen hat kann man es machen Dorn ist halt nur er macht halt nur Schaden ja ist halt deswegen würde ich Richard da bevorzugen weil er halt mal diesen Angriff runtersitzt ähm Dorn ist super in Kombination mit Frieda vielleicht auch äh je nachdem wie man experimentieren will mit Nordry kann man mal machen kann man mal testen wie das dann läuft ja ähm aber sonst äh macht er halt nur Schaden das ist da lohnen sich die Fernrohre nicht für wirklich ähm Dumizia ja nimmt nimmt Boni von von benachbarten Gegnern ist eine gute Sache macht Schaden Verteidigung gegen Licht ähm kann man machen aber ich hab's jetzt halt ich hab's nur auf 370 weiter oben weil ähm ich halt genug starke lila Helden habe ja aber wenn man sie nicht äh wenn man keinen nicht die Auswahl hat die ich hat sollte man's machen ja ähm jetzt sind hier ein paar Monatshelden Evelynn top definitiv leveln ich werde wahrscheinlich meine zweite leveln Seeshat top leveln in die Verteidigung damit Delilah auch top leveln in die Verteidigung oder mit in den Angriff nehmen je nachdem wo man einen gelben Helden braucht dadurch dass sie Kämpfer ist kann sie sich wiederbeleben absolut super Grasul auch ähm sehr schnell macht äh halt ein bisschen aber es geht um dieses äh für zwei Züge Immunsein gegen Spezial gegen Negativstatus Veränderung leveln 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 Telluria leveln auch trotz Nerf würde ich machen Valosi auch super der Konter zu Telluria Grabmacher Wähler wenn man's hat leveln Franzosen würde ich leveln wenn man keinen Grabmacher hat Grimble braucht man nicht höchstens für die Minions ich hab meinen jetzt auf 3,1 ich bring den auf 3,70 und das war's erstmal Marie Therese weiß ich nicht was ich davon halte deswegen ist sie da auch noch Missandra ist super wenn man sie hat auch leveln so haben wir die abgearbeitet hier hab ich noch einen zweiten Richard Kagan auch ein bisschen angefangen hier Domitia angefangen hier ist mein Grimble den ich angefangen hab die 5 Sterne die ich jetzt ja gut hier einen Quintus hab ich auch mal gemacht weil wenn man das Kostüm kriegt das gleiche Spiel wie mit Orga wenn man das Kostüm kriegt wenn man eine 29er Mana Truppe hat dann ist von den Steinen her nicht mehr langsam sondern wird mittel dann knallt er ordentlich rein als mittlerer Held aber es kommt halt auf die Verhältnisse an die man da oder auf die was man halt geben kann wenn man jetzt keine hohe Mana Truppe hat nicht das Kostüm hat braucht man ihn erstmal nicht er steht jetzt in Warteschlange zweite Grasul zweiter Drake auch in der Warteschlange Nath auch in der Warteschlange weiß ich noch nicht Inari als Spaßheld so ein bisschen ist super wenn man viel gegen Ursena kämpfen muss und weil sie macht keinen direkten Schaden also Inari Delilah als so ein zweier Team bei einem 3-2 oder wie auch immer die machen keinen Schaden deswegen können sie auch keinen Schaden von Ursenas Reflektion nehmen ist gut muss man aber nicht unbedingt ist auch schwer zu kriegen Inari genau Season 1 Asla ist so mein Lieblingsheld gewesen von Season 1 ich finde den einfach cool deswegen ist er da und wenn er auslöst ist Game Over das ist halt so bei ihm Justizia auch finde ich gar nicht mal so schlecht mit dem mit dem Blenden der Schaden ist nicht so hoch weil sie hat einen niedrigen Angriffswert aber das Blenden ist halt cool und vor allem jetzt bei den Turnieren sehr schnell kommt sie zum Einsatz sonst halt eher weniger hier haben wir jetzt Elena 809 Angriffsschaden das was ich gesagt habe ist super aber ist halt langsam und das da sträube ich mich immer noch so ein bisschen vor langsame Helden gegen Telluria zu bringen Magni super kann ich nichts gegen sagen hier ist der Richard Elkan habe ich gemacht ist gut ist schnell er macht Schaden und heilt sich selber ist eine gute Kombination eine solide Kombination hat auch einen hohen Angriffswert gut jetzt mit Emblem aber hat auch prinzipiell würde ich machen ja also ich glaube ich würde Elkan vor Kadilen machen definitiv haben wir noch hier irgendwo Season 1 Helden ja hier ist meine Majana auch super Liana ja Liana ist perfekt ja super Sniper genauso wie Satana ein Lila definitiv machen durch das Kostüm werden die noch besser ja das war es auch schon der Rest ist extravagant das kann man nicht voraussetzen dass das Leute haben sind bei 40 Minuten ich weiß jetzt nicht ich glaube ich muss jetzt nicht sagen dass Jabberwock super ist dass der Hase durch seinen Deathdown super ist das sind halt so spezielle Helden ja also spezielle 5 Sterne Helden sind natürlich schwer zu kriegen deswegen habe ich jetzt auch in erster Linie habe ich auch bewusst bei 3 Sterne und 4 Sterne zuerst angefangen und nicht erst bei 5 Sterne weil die kriegt man dann doch eher ne und klar wenn er jetzt noch wissen will von den Events welche Helden da jetzt super sind dann kann man da nochmal was machen also ich habe noch eine Anfrage gekriegt welche Monatshelden und Eventhelden sich lohnen da könnte man nochmal ein separates Video machen ähm oder auch welche Helden in Anführungsstrichen man jagen sollte ne also das möchte ich hier schon mal sagen das werde ich dann in dem Video auch nochmal sagen kein Held lohnt es sich ihn zu jagen ich habe es gemacht ich meine Jagd war nie erfolgreich ich habe mich am Ende nur geärgert und das ist immer noch ein Spiel man sollte in den Möglichkeiten bleiben die man machen kann ja manche sagen ich gebe 20 Euro im Monat aus manche sagen ich gebe 800 aus wollen sie machen ja dann kommen die Helden auch wahrscheinlich ja und man sollte nicht auf Teufel komm raus irgendwie versuchen was zu provozieren irgendwie versuchen Helden zu kriegen vertraut mir das auch nicht hin und deswegen rate ich von dieser Jagd nach Helden definitiv ab aber es gibt natürlich Helden die einem es definitiv erleichtern ja also so ein schwarzer Ritter im Angriff ich habe es versucht habe ihn nicht gekriegt der ist halt super oder in der Defensive ja die Telluria sehen wir jetzt alle selber ja die ist halt bombastisch in der Verteidigung als Tank das ist so Monatsheld wo man definitiv nachgehen kann Grabmacher ja da gibt es ein paar spezielle da kann ich nochmal ein separates Video zu machen vielleicht so ein kleines Ranking oder sowas aber so habt ihr jetzt erstmal den Einblick für 3 Sterne und 4 Sterne wie gesagt wenn das nochmal nochmal ein extra Ranking irgendwie so ein bisschen erwünscht sein soll zu Monatszellen eventuell mache ich das steht zumindest auf meiner Liste also die Person die das gerne wollte und das Video jetzt hier gesehen hat kann man ja mal sagen ob das so reicht oder ob man da noch ein bisschen weiter was machen soll ja dann bin ich schon nach was ist das jetzt 43 Minuten bin ich schon fertig die Infovideos hier sind immer ein bisschen länger genau gut dann würde ich sagen war es das für das versprochene Video und nachher kommt dann der Krieg und wir sehen uns dann macht's gut wir sehen uns gardens swoim und Untertitelung des ZDF, 2020